Ich hab mal einen richtigen Abgang, Alter, ich hab mal einen richtigen Abgang. Okay, wenn Balle raus springen, es passiert nichts, dann mach ich das auch. Nee, jetzt hat er auch mit dem Quatsch. Da hab ich mal einen richtigen Abgang und lande im See. Ich bin Action Hero, weißt du? Dennis, warum ist was passiert? Ich bin exotiert. Ernsthaft, Benni. Nee. Wie das? Okay, dann muss ich den Abgang erst recht machen. Nein, nicht Abgang. Wow, geile Nummer, Alter. Was war das denn für ein Megaritt jetzt? Ich hab keinen Fallschirm. Alles cool. Ernsthaft, Balle. Nein. Ich hab keinen Fallschirm. Pack ihn aus. Ich hab keinen Fallschirm. Ernsthaft jetzt? Ich werd jetzt sterben. Nein. Ist das jetzt ein scheiß Witz oder was? Das ist kein Witz, das ist kein Witz. Das ist auf jeden Fall ein Witz. Nein, das ist kein Witz. Dennis, landet. Was machst du dabei? Nein, du hast die Räder nicht draußen. Was? Oh, Mann. Doch, ich bin gelandet. Nein, Mann, ihr seid doch assi. Oh, Leute. Warum macht ihr das denn? Warum macht ihr das denn? Leute, ist das euer Ernst? Der hat den doch immer standardmäßig dabei. Fuck. Ich glaub, der hat jetzt gefühlte zwei Meter vom Ziel entfernt. Ja. Ich hab die Pfanne schon in Hand gehabt. Fuck. Jetzt ärgere ich mich grad darüber, dass ich die Aktion gemacht hab. Weißt du, der Benni ist abgestürzt. Dann hätte ich nicht mehr sterben dürfen. Ich hatte keinen Fallschirm. Aber in dem Moment warst du schon in der Luft. Ja, in dem Moment war ich, weil ich bin rausgejumpt und hab gedacht, easy. Ich hab ja einen Fallschirm. Du machst jetzt voll den geilen Abgang und wir bringen die Situation nach Hause, weißt du? Aber war ja ein cooler Abgang. Er sagt nie wieder zu mir, ich würde schlecht spielen, ey. Nee, aber das hat ja nichts mit schlecht spielen zu tun. Es war einfach behindert. Ja. Ja.